Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen bei dem Trek Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo, lange nicht gehört. Ja, lange nicht gehört, das ist richtig. Wir haben uns auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Das letzte Mal haben wir uns gesehen, und ihr könnt es nachhören, auf der Fetcon. Du warst seit langem mal wieder so über Nacht auf der Fetcon. Und mal so zwei Tage. Ja, das war großartig. Ich wiederhole es auch jedes Jahr gerne wieder, wenn es denn etwas ruhiger mit den Kindern und allen so dabei ist. Erzähl mal, wie hat es dir denn gefallen? Was hast du dir denn angeschaut? Was habe ich mir angeschaut? Ich habe mir größtenteils uns angeschaut. Ich habe mir, was habe ich noch gemacht? Ich habe draußen rumgesessen, habe gegessen, habe mit den anderen Leuten von den anderen Castern rumgequatscht. Und dann bin ich zwischendurch rumgegangen und habe mir angeschaut, wie alle um dieses große Stargate herum platziert waren, weil der ganze SG-1-Cast minus Christopher Judge da war und die alle doch sehr, sehr gealtert waren, was das angeht. Und ja, zum SG-1-Cast hast du ja auch deine eigene wunderbare Geschichte. Habe ich schon erwähnt, dass ich mit Richard Dean Anderson Eishockey geguckt habe? Ich weiß noch nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich wollte es an der Stelle vielleicht aber nochmal ganz subtil einschmeißen. Ich habe nicht nur nicht mit dem Eishockey geguckt. Das legendäre Halbfinale bei der Weltmeisterschaft Deutschland gegen die USA. Nein, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, ihn, als er da sein Panel hatte, noch live etwas zu trollen. Ich habe nämlich der Regie die Anweisung gegeben, das Endergebnis einzublenden auf der Bühne, weil er musste nämlich, das Spiel ging ja in Overtime und er musste dann doch früher gehen. Das war so mein kleines Fettkorn-Highlight neben vielen anderen. Wir haben ja ein ganz fantastisches Panel gehabt mit meinen lieben Freunden und Mit-Podcaster Andreas und Sebastian vom Discovery-Panel, aber natürlich nicht minder auch mit Simon und Sebastian vom Dreck am Dienstag. Und der Sascha von Sirenen saß auch noch im Publikum. Also das war eine, glaube ich, ganz schöne Altherren-Retro-Runde, in der wir viel über Nicht-Star-Trek gesprochen haben, was ganz angenehm war. Ein bisschen natürlich auch. Ja, definitiv. Auch Nicht-Star-Trek-mäßig habe ich mir dann doch was Kleines gönnt. Nachdem ich nicht 280 Euro für den Gruppenshoot von SG-1 ausgeben wollte, habe ich am Ende dann doch 200 Euro ausgegeben, um mir ein kleines Star-Wars-Goodie zu holen. Und bin jetzt im Besitz von einem sehr geilen Aluminium-Lightsaber von diesen SD-Sabers. Das Ding ist richtig geil. Im nächsten Livestream, wenn wir mal wieder einen machen, werde ich das mal zeigen. Wenn wir zu Star Wars nochmal irgendwas machen. Das war ja auch eine Folge, die wir euch noch schuldig sind, nämlich die zweite Hälfte von Mandalorian. Die haben wir auf der Fettkorn auch live besprochen mit den Kollegen vom Echo 7-Podcast. Wir sind extremst oft abgeschweift und haben über viele Dinge gesprochen, aber nicht über die Folge, was, wie ihr ja inzwischen als treue Zuhörer wisst, nie ein gutes Zeichen ist für die entsprechende Folge. Und das gut, beziehungsweise was mich aber ein bisschen beruhigt, das geht dann echt nicht nur uns so, sondern das geht dann anderen auch so. Dass man dann einfach Schwierigkeiten hat, beim Thema zu bleiben, wenn die eigentliche Serie nicht so viel hergibt. Ja, ist ja nicht so schlimm. Dafür hat man genug anderes zum Bequatschen und wir hatten auch genug anderes vor in den nächsten Wochen. Deshalb sind wir jetzt auch ein bisschen in Pause gegangen, weil wir einfach super beschäftigt waren. Ich war auf der Zugspitze und du hast ganz andere Dinge gemacht. Habe ich? Keine Ahnung. Wir haben nur eigentlich nicht mehr aufgenommen. Das klang jetzt so, als müsste ich jetzt irgendwie so da, ja, jetzt wurde es erwähnt. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, spielst du auf irgendwas an? Wenn ja, weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte dir einfach nur ein Opening mal geben. Das ist schön, ja, aber ich weiß gar nicht, was. Ich habe Dinge getan, das ist richtig, aber keine Dinge, die Platz in diesem Podcast hätten. Aber wir machen ja noch ganz andere Dinge und demnächst gibt es ja auch wieder Superheldenkritik. Genau, und die ganzen Dinge findet ihr auf nerdizismus.de. Wie immer, alles, was wir bisher geschrieben, eingesprochen und aufgenommen haben, findet ihr da. Unter anderem auch ganz, 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 ganz wichtig, der Feedback-Button oder die verschiedenen Feedback-Buttons, die wir haben. Denn wir möchten euer Feedback zu unserem Gedöns hier haben. Und das könnt ihr einerseits geben an die Info at nerdizismus.de, wer noch klassisch per Mail unterwegs ist. Oder digital per Sprachnachricht oder digitaler Nachricht an WhatsApp, die 01525 964 7709. Oder diskutiert gerne fleißig immer mit auf nerdizismus.de slash Discord, unserem Discord-Server. Wunderbar, und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Das könnt ihr am besten hinterlassen, auch in Form von Sternen und Bewertungen. Das hilft dem Algorithmus, diese Show besser zu ranken. Das könnt ihr bei iTunes tun, das könnt ihr bei Spotify tun, das könnt ihr bei Podcast Addict tun. Also von daher unterstützt diese Show, erzählt es all euren Freunden, was man hier so tolles hören kann. Und lasst uns ein paar Sterne da. Ich steige mal ins Pad ein. Wir haben ja noch ein bisschen Feedback aufzuarbeiten von den letzten Star Trek-Folgen zum Thema PK. Und das Schöne an der FatCon ist, wir können ja auch euch Hörer treffen. Und das haben einige getan, haben uns angesprochen auf dem Gang beim Livestream mit Last Geek Tonight. Und auch später abends und am Nachmittag im Garten. Und das ist immer das Schönste an der ganzen Sache, wenn man da natürlich auch dann von euch mit euch reden kann. Und von daher sprecht uns auch bei den nächsten Cons immer fleißig an. Und kommt natürlich auch zu unseren Nerd-Quizzes. Wir hoffen, es hat euch dieses Mal auch wieder gefallen. Eine Mail hat uns geschrieben, der Jochen. Hallo Michael, du Christ. Nachdem wir uns auf der FatCon kurz unterhalten konnten, gebe ich dann auch mal ein Feedback. Dieses Mal zu euren Folgen zur ersten Staffel Strange New Worlds. Ich sagte ja bereits, dass es fast gruselig ist, wie exakt oft ihr meine Gedanken zu den Folgen zum Beispiel von PK spiegelt. So musste ich auch jetzt sehr schmunzeln, als ihr Ortegas als Vasquez und Lahn als Drummer bezeichnet habt. Denn genau das gleiche hatte ich schon einige Tage zuvor von einem Kollegen von mir gesagt. Bei Strange New Worlds gehen unsere Meinungen allerdings in manchen Punkten leicht auseinander. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Prinzipiell habe ich die Staffel, glaube ich, noch um einiges positiver aufgenommen als ihr. Auch wenn ich einige Dinge zu monieren habe. Unter anderem auch den meiner Ansicht nach völlig unbassenden Darsteller für Captain Kirk und die Tatsache, dass Hammer aus der Serie geschrieben wurde. Aber wer weiß, vielleicht wollte der Darsteller ja aussteigen. Folge 8 scheint ziemlich zu polarisieren. Ich gehöre zu denjenigen, die sie gut finden. Warum das so ist, möchte ich kurz erläutern. Jetzt muss ich eben nochmal schnell mal gucken, was denn die Folge 8 war. Ach, das war das mit dieser Cosplay-Folge. Das Kostümfest. Genau, das Kostümfest, ganz genau. Elysium. Ich gehöre zu denjenigen, die sie gut finden. Warum das so ist, möchte ich kurz erläutern. Ich bin auch kein großer Fan von diesen Kostümfolgen, kann aber da auch den Spaß daran haben. Und genau den hatte ich zunächst einmal. Man merkt einfach, dass die Schauspieler viel Spaß beim Dreh hatten. Es ist schon lustig, wenn Anson Mount den feigen Verräter gibt und dabei selbst kaum das Grinsen unterdrücken kann. Was mich an der Folge aber beeindruckt hat, ist etwas anderes. Die Elysium Kingdom schafft etwas, das das grottenschlechte Discovery zwanghaft permanent versucht, nur um immer wieder kläglich zu scheitern. Dramatik aufzubauen, die mich emotional packt. Strange New Worlds schafft das in einer Comedy-Folge. Beziehungsweise handelt es sich nur bis kurz vor Ende um eine Comedy-Folge, die dann umschwenkt. Ach stimmt, da hatten wir ja noch den Twist mit Embengas Tochter, ich erinnere mich. Erwartet hatte ich, dass alles wieder auf Null gesetzt wird oder dass Embengas Tochter geheilt wird. Ich hatte nicht erwartet, dass er vor die Wahl gestellt wird, seine Tochter zu heilen, aber sie zu verlieren oder sie zu behalten und ihrem Tod zu riskieren. Dass diese Entscheidung viel zu schnell fällt, ist keine Frage. Das hatten wir ja damals auch kritisiert, dass es eigentlich so ein interessanter Storypunkt ist, der dann mehr oder weniger in der ersten Staffel, der achten Folge, der erste Staffel schon aufgegeben wird. Das ist auch mein größter Kritikpunkt. Auch, dass die Folge viel zu früh kommt, sehe ich genau wie ihr. Aber als Vater einer kleinen Tochter hatte ich einen echt richtigen Kloß im Hals, da ich mich auch gefragt habe, was ich tun würde und wie sehr es mich fertig machen würde, meine Tochter zu verlieren, auch wenn ich wüsste, dass sie zwar geheilt wird und es ihr gut geht. Es geht hier um ein kleines Kind und nicht um einen jungen Erwachsenen, der von zu Hause auszieht. Dass sie dann noch einmal um Jahre gealtert auftaucht, macht das Ganze noch viel krasser, auch wenn das natürlich ein Kniff war, um Dr. Mbenga und dem Publikum zu zeigen, dass es dem Kind wirklich gut geht. Dennoch, er hat sein Kind nicht aufwachsen sehen und wird sie auch in Zukunft wohl nicht mehr sehen. Wären die Macher komplett all in gegangen, dann würde Ryuka nicht nur einfach verschwunden sein, sondern das Wesen im Nebel wäre mit ihrem Geist verbunden und der Körper wäre leblos zurückgeblieben. Das wurde uns zum Glück erspart. Dennoch bleibt ein sehr überhastetes, aber sehr emotionales Ende, das mich mitnimmt und zum Nachdenken anregt. Und deswegen hat mich die Folge positiv beeindruckt, wegen des krassen Schwenks von purer Combenciety zu einem bewegenden, traurigen Ende, das nichtsdestotrotz ein Happy End ist. So geht das, Discovery. Aber davon fange ich nicht an, denn über Discovery könnte ich locker eine Stunde ranten. Wer nicht? Etwas verwundert war ich, dass ihr ja schon sehr viel kritisiert habt, aber ein Punkt, der mich direkt gestört hat, nicht thematisiert wurde. Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir eigentlich für eine krasse Gesetzgebung zu TOS-Zeiten? Bei Talos 4 Tabu erfahren wir, dass der Besuch dieses Planeten irrsinnigerweise bei Todesstrafe verboten ist. In der zehnten Folge von Strange New Worlds fragt Pike La'an, ob sie mal mit Una gesprochen hat und La'un und Lan antwortet, dass sie das nicht hat und dass niemand mit ihr sprechen kann, weil sie im Knast sitzt. Dürfen Häftlinge keinen Besuch empfangen oder Telefonate führen? Wer macht denn bitte in der Föderation die Gesetze? Ja, in der Föderation macht der Drehbuchschreiber die Gesetze und zwar immer genau so, wie er sie braucht. Da kommen wir in der zweiten Folge drauf. Das Problem mit den Gorn sehe ich auch, allerdings kann ich mir das noch anders erklären. Bei Enterprise ist der Gorn in der vierten Staffel ja auch viel agiler als in TOS und näher an den Strange New Worlds Gorn. Das könnte man, wie schon vorgeschlagen, mit verschiedenen Kasten erklären oder mit einer Entwicklung, die eben ganz anders ist als bei uns. Am Anfang sind die Gorn wild und tierhaft. Von jeder Brut überlebt normalerweise nur einer, der sich dann Jungen, weil sich die Jungen gegenseitig umbringen, sodass nur die Alphas aufwachsen und so weiter. Dann kommt irgendwann ein Intelligenzschub, der mit ausgeprägteren Sozialverhalten einhergeht. Einen Gorn in dieser Phase können wir in der Enterprise gesehen haben. Ältere Gorn werden weniger agil und dafür intelligenter. Dafür würde sprechen, dass Kirk mit dem Gorn-Captain zu tun hat, der sicher kein Jungspund ist. Aber vielleicht hatte Kirk auch einfach nur Glück und er hat einen fetten, faulen, behäbigen Captain Gorn erwischt. Naja, das Problem mit dem Gorn ist ja eher, dass Kirk von dem Gorn halt gar nichts weiß. Und gerade in der ersten Folge hier wird uns ja am Ende suggeriert, es gäbe demnächst einen großen Krieg mit dem. Aber gut, wir gucken, wie sie es auflösen. Am Ende hätte ich noch ein bisschen klugscheißer Kritik. Was habt ihr gegen den Buchstaben S, den ihr so oft unter den Tisch fallen lasst? Die gute Frau am Steuer heißt Ortegas, nicht Ortega. Und das Wort Headquarter gibt es nicht, das Wort heißt immer Headquarters, also mit S. Auch wenn es sich nur um ein Hauptquartier handelt. Ich weiß allerdings nicht, was man korrekterweise sagen würde, wenn das Hauptquartier der Sternflote zu Glump geschossen und nur ein Viertel stehen bleiben würde. Ja, ansonsten, wie schon auf der FEDCON gesagt, wirklich toller Podcast, macht mir einfach Spaß weiter. Also viele Grüße, Jochen. PS, der Begriff Mörder Agnes gehört bei mir inzwischen zum festen Begriff dafür, wenn Dr. Jurati erwähnt. Wunderbar. Ja, ich erinnere mich noch, Jochen, an unser Gespräch. Das war sehr nett mit dir und vielen Dank, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, hier so eine lange Mail zu schreiben. Ja, einen Punkt hätte ich noch dazu. Finde ich wunderbar, dass er es erwähnt, weil Comedy dann doch sehr gut zu Drama passt immer wieder. Ich meine, die besten Dramen sind eigentlich die, die aus Komödien entstehen, weil dementsprechend sehr viel Herz und sehr viel trotzdem Leid dahinter ist. Deshalb ist eine meiner liebsten Serien weiterhin Scrubs, das eigentlich eine Comedy-Serie ist, aber die einen so dermaßen in die Magengegend immer haut, dass man durchaus da einige Tränen vergießen kann. Hat Scrubs so einen Tod? Ich bin da bei Scrubs einfach nicht so drin, ne? Ja, also Scrubs total, alle diese Serien, die von dem Bill Lawrence kommen, die sind so stark in die Richtung, er hat ja Ted Lasso geschrieben und Schwenking und ähnliches. Der kann es oft hinkriegen, diese perfekte Mischung aus Comedy und in der nächsten Szene tränenreichen Schlag in die Magengrube dann zu machen, in die Magengegend. Und Scrubs ist, glaube ich, eine der ersten Serien, die ich damals auf Englisch gesehen habe, nachdem auf ProSieben natürlich man immer ein Jahr warten musste in der Ecke. Und es ist auch heute immer noch eine meiner Lieblingsserien. Da gibt es ein paar Folgen, die gehen so, die machen einem so Gänsehaut und die gehen einem so unter den Panzer, dass es einfach nur schön ist. Okay, schauen. Ja, so war ich da definitiv nicht drin. Wollen wir aber mal den kleinen Schwenk dann kriegen rüber zur zweiten Staffel von Stranger Worlds und da hat uns der Blickrichter ganz frisch sozusagen schon seine Eindrücke geschickt. Die nehmen wir mal so ein bisschen als Opening rein. Moin, hab die erste Hälfte der Folge der zweiten Staffel von Stranger Worlds geschaut und was soll ich sagen, da gleicht sich ein Produzentenmist dem anderen an. Goldsman und Kurtzman in der Verantwortung ergeben denselben Mist wie bei Discovery und Picard. Die Geschichte beginnt schon hanebüchen, Mannschaft kapert mal eben folgenlos die Enterprise, um in Bedrängnis geratene Freunde und Föderation zu retten. Gän. Die Charaktere entwickeln sich genauso in Richtung Overacting wie bei Disco und Picard. Schon allein dieser Plot ließ mich nach 25 Minuten zur Fernbedienung greifen und abschalten. Ich fürchte, solange die Produzenten nicht ausgetauscht werden, wird das echte Star Trek der Vergangenheit angehören. PS, das CGI wird entweder auch immer grottiger oder bleibt gleich schlecht, kann mich nicht entscheiden. Absolut im krassen Gegensatz zu Foundation. Dann nehmen wir doch einfach mal die Nachricht vom Blickrichter. Dann fangen wir doch mal an mit diesen beiden Folgen der zweiten Staffel, die bei uns jetzt bei Paramount Plus laufen. Und zwar wirklich nur bei Paramount Plus. Ich habe letztens mein Sky-Abo dann aufgemacht und sogar reaktiviert, weil ich dachte, da kann ich es ja gucken. Aber turns out, nein, 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 nein. Das ist jetzt auch raus bei Sky. Paramount Plus ist jetzt Paramount Plus und gibt es nur Paramount Plus. Bei Magenta ist es glaube ich noch drin, wenn man so das Magenta All-In-Paket hat oder sowas. Und ja, jetzt habe ich erst mal hier meine Probe 14 Tage und dann werde ich halt mal acht Öre dafür latzen. Ja, kann man machen. Ich meine, das Wunderbare ist bei Paramount Plus, wenn man es mal in einem durchschauen will, die haben immer mal wieder so kleine Codes draußen, dass man vier Wochen umsonst bekommt und nicht nur sieben Tage. Genau. Also die ersten beiden Folgen, The Broken Circle und Ad Astra Per Aspara, der durchbrochene Kreis. Eine kleine Inhaltsangabe hat der Blickrichter Kollege ja gerade eben schon gemacht. Und es halten sich ehrlich gesagt auch meine Notizen, die ich so für beide Folgen gemacht habe, auch so in Grenzen. Ich habe mir gar nicht so viel notiert. Ich muss aber sagen, ich bin aus der ersten Folge etwas, im Englischen sagt man underwhelmed. Und was wäre denn da so das deutsche Wort? Unterwältigt? Enttäuscht? Also es ist nicht enttäuscht, aber halt so unbeeindruckt. Unbeeindruckt ist doch das passende Wort dafür. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Folge zwei, dreimal pausiert, habe was anderes gemacht. Es hat mich nicht gecatcht. Ich fand es sehr konfus und in vielen Dingen auch fragwürdig, was die ein oder andere Drehbuch- und auch Charakterentscheidung angeht. Wie bist du so aus der ersten Folge rausgegangen? Doch, sehr positiv. Ja, ich kann viele Kritikpunkte daran nachvollziehen, aber im Gegensatz zu Discovery haben sie mich jetzt nicht so dermaßen gestört. Ich weiß nicht, vom Feeling her, vom Gesamtfeeling her, wie die erste Folge war, hat mir das gut gefallen. Sie hat mich emotional abgeholt und das ist meistens für mich fast schon wichtigerer, wenn ich da drin bin und dann nicht auf die Details achte. Und ich fand es auch erfrischend, dass sie nicht direkt in den Cliffhanger reingegangen sind mit Una und sich darum gekümmert haben, sondern das Thema erstmal eine Woche ruhen lassen haben und quasi die Crew außerhalb von Pike und Number One sich vorgenommen haben. Und das fand ich da schön und das hat mich abgeholt und da fand ich auch die Fäden, die aus der letzten Staffel offen geblieben sind in Richtung Spock, dass die hier wieder aufgenommen worden sind, hat mir gut gefallen. Ja, natürlich kann man sich im Detail dann drüber streiten, dass jetzt in der Zeit es plötzlich nicht so dramatisch ist, dass sie die Enterprise entführen, während Kirk dafür richtig einen draufbekommen hat, dass er das ähnlich gemacht hat und Spock einfach damit wegkommt. Oder ja, dass die ganze Geschichte rund um die King Klingonen nicht unbedingt den meisten Sinn macht. Aber dafür ist das, was für mich in dieser Serie zählt, viel stärker herausgekommen. Und zwar die Charaktere. Und die Charaktere wurden für mich wieder wunderbar herausgearbeitet. Sei es Spock, der scheinbar so ein bisschen auf seine heiße Phase des Vulkania-Seins alle sieben Jahre, dass, wie hieß das, Promphar, da drauf steuert, könnte man so in die Richtung gehen. Und dann auch, dass man ein bisschen mehr von Dr. Mbenga und Chappell erfahren hat, dass die dann doch eine gemeinsame Vergangenheit haben, die vielleicht nicht viele andere haben. Aber ich hole schon sehr viel aus. Also das waren einige Dinge, die mir in der Charakterentwicklung, in der Charaktererzählung sehr gut gefallen haben, wo ich dann die restlichen Details habe eher unter den Tisch fallen lassen beim Gucken. Okay. Ja, freut mich ganz ehrlich gesagt für dich, dass es dich dann an der Stelle so gecatcht hat. Ich würde mich freuen, wenn ich das behaupten könnte. Mich hat es leider so gar nicht. Also ich war, wie gesagt, vom Plot schon so ein bisschen so, ach, come on, schon wieder Enterprise-Clown. Also diese ganze Folge war für mich einfach so ein been there, done dead. Und zwar done to death. Ja, also es war halt wirklich so gar nichts Neues. Verstecktes Raumschiff unterm Planeten, das dann irgendwann auftaucht. Ich meine, Gott sei Dank kam es nicht in J.J. Abrams Manier noch unter so, aus dem Wasser raus oder unter Eis oder so. Aber J.J. Abrams ist ja immer ein Schiff. Wir haben das Trümmerfeld der Woche, natürlich haben wir das Trümmerfeld der Woche, endlich wieder haben wir das Trümmerfeld der Woche, ganz genau. Dazu habe ich mir dann auch notiert, Moment mal, das soll aus Eisen sein und ist rot, brauchst fürs Oxidieren, also fürs Rosten nicht Sauerstoff und ist das nicht im, egal, egal. Aber was mir dafür aufgefallen ist, ist, dass es immer rot sein muss, ne? Seit 2009 ist alles rot. Red Angel, rote Tür, rote Materie, rote Signale, rote Trümmer, ist alles rot, alles rot. Ist das emotionale Rot, ne? Also dementsprechend war auch sehr viel Rot in dieser Episode drin, sei es rund um die Klegonen, die dann dabei waren, oder das Eisen, auf jeden Fall sehr viel visuell Rotes mit drin in dieser ganzen Episode. Du hast gerade eben von Spock gesprochen und dann lass uns doch mal mit Spock anfangen. Ich schwanke, also wenn man jetzt, also wenn man Spock nur theoretisch nur aus Discovery und aus Strange New Worlds kennen würde, ja, dann würde man ihn, wenn man dann weiter guckt, sozusagen chronologisch dann weitermacht, dann irgendwann zu Toss übergeht, sich dann die Filme anguckt und so weiter, würden wir diesen Spock ja nicht wiedererkennen. Also, das, was später bei Toss und in den Filmen und so weiter die Ausnahme war, nämlich eine emotionale Regung, ist ja hier eher der Standard. Also, vulkanisch zu sein, ist aktuell noch die Ausnahme. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja schon gesagt, dass Spock sich ja auch irgendwie entwickeln muss im Laufe der Serie. Wir können ja keinen ganz entwickelten Spock hier haben. Wenn es denn noch, ich hoffe halt, es kommt noch. Verstehst du, der Punkt ist, ich hoffe halt, es kommt noch. Ich kaufe das in dem guten Willen, dass das noch kommen wird. Ja, aber ich meine, eine der Episoden, eine der Besprechungen, die ich mir vorher durchgelesen habe, war auch einfach, ich meine, wenn sie so clever sind, in die Richtung zu gehen, dass das Ganze ungefähr sieben Jahre vor Spock amok ist und dass der Ponfa-Zyklus dann doch sehr gut erklären könnte, was mit Spock gerade passiert. Ja, gut, okay, vielleicht kommt das noch. Also, abgesehen davon, selbst wenn es das nicht wäre, wir haben ja theoretisch einen gewissen Plan, wie viele Showrunner, dass es vielleicht über vier oder fünf Staffeln geht und dass sich die Charaktere entwickeln. Ja, und wir sind natürlich nicht in dem, wir sind nicht vier Jahrzehnte zurück, wo man einfach auch anders gefilmt hat. Heutzutage schreibt man die Skripte etwas anders, heutzutage spielt man das Ganze etwas anders und dadurch ist ein Spock vielleicht auch dementsprechend auch von sich aus deutlich emotionaler. Aber aktuell habe ich noch genug Vertrauen in das Team hinter dieser Serie, dass sie wahrscheinlich den Bogen kriegen werden. Und man darf ja nicht vergessen, Star Trek-Serien haben es ja generell in den ersten Staffeln immer etwas schwieriger und dafür hat Strange New Worlds in der ersten Staffel einen fantastischen Job gemacht. Ja, absolut. Und auch hier, wenn ich das hier jetzt so sage, ich bin jetzt einfach mir heute, heute nehme ich mal ein bisschen die Rolle des Bat-Cops ein. Und dann tue ich das immer noch in dem Wissen, dass das Level, über das wir hier reden, immer noch meilenweit über Discovery und PK ist. Also das nur mal als grundlegende Basis, von der wir hier aus argumentieren. Trotzdem, einer muss ja vernünftig sein und den Finger in die Wunde legen, sonst macht es ja keiner. Und da bin ich mir auch nicht zu schade für, den Hate abzubekommen und das weiterhin zu tun. Deswegen schreibe ich mir auch immer ganz, ganz viele Dinge auf. Und eben war hier meine Notiz, Spock, nicht vulkanisches Verhalten wird eher zu regeln als zu was Besonderem. Aber wie gesagt, hoffen wir mal, dass es noch kommt. Aber ich bin bei dir und wir können gerne, um bei Spock zu bleiben, einfach schon ans Ende springen. Denn wir gehen ja davon aus, dass ihr die Folge alle gesehen habt. Und wenn nichts, ja, dann tut es uns auch leid, dann werdet ihr halt jetzt etwas gespoilert. Beziehungsweise müsst versuchen, der Folge dann zu handeln. Denn es geht ja in dieser Folge darum, dass versucht wird durch einen nicht näher genannten Bösewicht oder irgendjemand versucht, die Föderation halt in einen Krieg mit den Klingonen zu stürzen. Und wahrscheinlich sind es die Gorren. Und weil die Enterprise aber das verhindert, lässt man also Spock mit dem Diebstahl selbiger davon kommen. Ja, ich weiß, dass es natürlich jetzt serienweise halt so sein muss. Aber auch hier wieder, es hätte halt x andere Möglichkeiten gegeben, die Story zu spielen, ohne diesen Enterprise-Diebstahl zu machen. Und wir wären trotzdem am gleichen Punkt. Und ich hätte mich am Ende halt nicht in so eine Drehbuchecke geschrieben, aus der ich mich dann einfach nur mit so einem Kniff wieder rausschreiben muss. Wo normalerweise einfach, wie du es vorhin gesagt hast, für den Diebstahl eines Flaggschiffs, oder vielleicht in dem Fall ist es glaube ich noch nicht das Flaggschiff, aber nee, sorry. Also Umstände hin oder her, da kriegst du vielleicht mildernde Umstände, aber da ist ja ein Ranglos, ein Kommando, also sorry. Also man könnte es ja rum erklären, dass der Diebstahl ja am Ende nicht wirklich aufgefallen ist. In dem Moment, wo die wegspringen, haben die ja schon ihre ganzen Simulationen durchgeführt und alles gefakt mit dem Reaktorkernbruch oder was das am Ende war, wo der neue Charakter denen ausgeholfen hat. Also das war ja dementsprechend schon plausibel und wie man vielleicht, wenn man ein bisschen vorausgreift, in der nächsten Folge das sieht, ist die Föderation ja durchaus gewillt, über gewisse Sachen hinwegzuschauen. Vielleicht sind wir einfach gerade in diesem Stadium von der Föderation, wo die sagt, okay, sie haben es ganz gut gedreht, wir können das alles unter der Hand halten. Und dementsprechend gibt es jetzt nur einen kleinen Klaps auf die Rückhand. Ja gut, also ich meine, okay, der Putin hat den Brigoschin auch verziehen, aber wenn ich Spock wäre, würde ich mich ganz weit von Luftschleusen fernhalten. Ganz weit von Luftschleusen. Und wenn ich der Brigoschin wäre, würde ich auch lange nicht auf den Balkon gehen, eigentlich die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Könnte runterfallen, aus Versehen. Ja, aber auch, um nochmal hierauf zurückzukommen, für mich war das einfach der ganze Vibe einer Abenteuer-Episode, die das ganze Jahr war am Ende. Einer heißt Abenteuer-Episode mit ein bisschen Action-Einschlag. Und diese Entführung hat ja dementsprechend uns auch diesen neuen Charakter, die Pelia, näher gebracht. Vielleicht war das auch nur ein gutes Vehikel, um sie einzuführen, weil wir haben jetzt die wunderbare Carol Kane, die viele vielleicht aktuell von Unbreakable Kimmy Schmidt kennen, aber von früher vielleicht von Taxi, die jetzt einen Charakter spielt, wie Carol Kaney nur spielen kann, nämlich sehr durchgedreht, sehr weird und am Ende sehr geheimnisvoll, denn wir haben scheinbar eine neue Rasse im Spiel. Ja, ich habe den Namen gerade nicht parat. Weißt du ihn noch zufällig? Die Lengthenites. Die Lengthenites, genau. Da habe ich mich dann auch gefragt, okay, also ist jetzt wirklich nur ein kleines Detail, aber wo ich mir so dachte, okay, warum führt ihr jetzt eine neue Rasse rein, die dann doch de facto einfach nur El Aureaner sind. Also das ist halt einfach nur eine Geinen, weißt du? Jetzt so von, also jetzt nicht sie als Charakter, die ist natürlich nicht wie Whoopi Goldberg als Geinen, aber mehrere hundert Jahre unentdeckt unter der Menschheit gelebt, werden uralt und quatschen gerne, das sind für mich El Aureaner. Also da hätte ich jetzt keine extra neue Rasse eingeführt. Spezies, 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 Spezies. Spezies, Entschuldigung, Spezies, ja, hast du vollkommen recht, Spezies. Ich weiß nicht. Also ist okay, ich hätte es halt nicht gemacht, ich habe mich halt im Lore bedient, aber okay. Ja, das ist ja die Sache, dadurch, dass wir weiterhin in diesem Prequel-Setting sind, bist du ja eingeschränkt und darfst ja auch nicht viel machen. Es können keine Charaktere sterben, die ein paar Jahre später noch da sind. Wir haben gewisse Story-Verläufe, die einfach so sind im gesamten Canon, im gesamten Lore. Und hier hat man jetzt ähnlich wie vielleicht damals die Expanse in Enterprise die Möglichkeit, so durch die Hintertür ein interessantes Mysterium mit reinzubringen. Und vielleicht klärt sich das ja in irgendeiner Art und Weise noch auf. Wir dürfen nicht vergessen, hier in der zweiten Staffel werden wir ja noch mindestens einmal Kirk sehen, wenn nicht den Rest der Staffel. Und wir werden die Leute aus Lower Decks sehen. Also ein bisschen timey-wimey können wir vielleicht doch in das Ganze noch mit rein spielen. Ja, vor allem, weil die nächste Folge, die Folge 3, heißt nämlich Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Mhm, interessant. Ja, interessant, ganz genau. Aber abgesehen davon, ich weiß nicht, wie sehr bist du mit Carol Kane vertraut? Also ich liebe sie in den verschiedenen Runden. Ja, offensichtlich. Also ich habe sie, ehrlich gesagt, ich musste noch mal nachgucken, woher ich sie kenne. Und bewusst wahrgenommen habe ich sie nur als Mutter von, wie heißt der Pinguin richtig? Andrew Cobblepot? Wie heißt der Vorname? Ja, Oswald Cobblepot. Oswald Cobblepot, ganz genau. Also sie spielt die Mutter vom Pinguin in Gotham. Mhm. Und das war's. Mehr habe ich von ihr nicht gesehen. Du hast jetzt gerade gesagt, Unbreakable Kimmy Schmidt, kenne ich nur vom Namen. Ich gehe hier gerade bei IMDb durch. Die ist auch durch viele Serien gehüpft. Die war bei Law and Order. Die hat ein paar Folgen, die hatte das Harry, die hat ein paar Folgen Tour in the Halfman gemacht. Die war bei Monk, bei die unglaublichen Fälle des Harry Fox. Die Vorabend-Kinder unter euch aus den 80ern werden es noch kennen. Die Geister, die ich rief. Die Geister, die ich rief, ganz genau. Aber mir ist sie jetzt wirklich nicht hängen geblieben. Aber du scheinst ja ein bisschen was mit ihr zu verbinden. Ja, also erst wirklich seit Kimmy Schmidt bin ich auf sie aufmerksam geworden. Aber dann ist sie mir immer wieder aufgefallen. Mag auch oft an der deutschen Synchronisation liegen, weil sie hat ja dann doch eine sehr charakterstarke Stimme. Und die kriegt man vielleicht in der Synchro nicht so gut. Doch, die Synchro ist eigentlich ziemlich ähnlich. Und da wollte ich dich nämlich fragen, ob sie im Original auch so eine Stimme hat. Ich weiß nicht, wie sie... Nein, im Original, also stopp. Im Original hat sie die gleiche Stimme, also so wie du sie auf Englisch hörst, spricht auch die deutsche Synchro. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, hat sie bei anderen Serien, die in einer normalen Zeit ohne Aliens angesiedelt sind, auch so eine ziemlich nervige Stimme. Ja, so spricht sie. Ja, genau so in der Richtung. Ja, so spielt sie sehr auf. Oh, das wird anstrengend. Oh, das wird anstrengend. Okay. Ja. Na gut, okay, ich bin gespannt. Es gibt noch einen zweiten neuen Charakter. Zumindest ist er mal durchs Bild gehüpft. Und ich gehe davon aus, dass seine Pronomen Es sind. Nämlich Noah LeManner. Der spielt, oder Es spielt, Computer Chief, Transporter Chief J. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich ein Binary-Charakter sein soll. Bin ich mal gespannt. Die zwei sind also neu. Dem sein, Es Track-Rekord, wie auch immer, ist noch sehr überschaubar. Da kenne ich außer einer Folge Umbrella Academy, wo mir jetzt auch nicht hängen geblieben wäre. Ehrlich gesagt, jetzt nix. Vielleicht sagt es ja jemand da draußen was. Ansonsten ist die Crew eigentlich, wie gesagt, bis auf Hammer gleich geblieben. Ja, und Pale könnte jetzt die neue Chef-Ingenieurin werden. Das wäre ja auch mal ganz nice. Also so einen kleinen, schrägen Charakter tut der Crew, glaube ich, ganz gut. Wenn da jetzt die Pale ja dauerhaft da drin bliebe. Also ganz ehrlich, lieber, als wenn sie jetzt krampfhaft jedes Mal den Running-Gag mit Scotty bringen, den man nicht sieht, sondern nur irgendwie die Hände hinter irgendeiner Klappe vorkommen sieht und dann irgendwie mit einem schottischen Akzent jemand den nachmacht. Das kannst du einmal machen, aber halt nicht dauernd. Ja, ich musste ein klein wenig das erste Mal, als ich sie gesehen habe, wie sie dargestellt wurde, an Polaski denken. Aber nur am Rand. Ja, ja, doch so ein bisschen. Apropos Running-Gags, die ich nicht mehr lustig finde, das ist auch die Sache mit The Thing. Also dieser The Thing-Gag. Every Captain has their thing. Naja, jeder muss so einen Spruch haben. Ja, nee, nicht, nee. Also jeder muss im Kurtzman-Universum jetzt angeblich diesen Spruch haben. Aber das ist halt mal lustig. Und wenn du es halt dann im Trailer schon verbratest, diesen Gag mit Spock, dann ist er halt auch einmal lustig. Also der ist halt genau einmal lustig. Und du hast ihn halt im Trailer schon gesehen. Und dann, äh, okay. Äh, ah, und jetzt wird das irgendwie so durchgezogen, so überall in jeder Serie. Ah, ich weiß nicht. Okay, gut. Also das... Wie magst du denn... Wie hast du denn auf deine neuen alten Klingonen reagiert? Ja, natürlich extremst... Ja, natürlich extremst positiv. Wobei sie mir vom Design her trotzdem noch so einen Ticken so... So off sind. Also so ganz... Ganz TNG-Klingonen sind es noch nicht. Aber okay. Sie sind dramatisch besser als die anderen. Sie haben es ja mit so einem kleinen Twist so ein bisschen angedeutet, so dass die einen komischen Dialekt sprechen. Mhm. Und dann... Ja, also von daher, okay. Dass jetzt Laan einen Klingonen beim Blutwein trinken unter den Tisch säuft. Ah, so Miriam Ravenwood-mäßig. Ach, ganz ehrlich, habe ich halt auch schon tausendmal gesehen. Und da hätte es einfach... Weißt du, das sind so diese kleinen, kleinen, kleinen Dinge, wo ich mir so denke, so, ey, sag einfach, dass du, wie bei dir ist, nein, ein kleines Medikament genommen hast und du es deswegen geschafft hast. Alles ist gut. Ja. Aber so... Ah, hm. Also das ist halt immer so ein bisschen... Ja, da muss man jetzt zeigen. Aber was mich an dem Plot eigentlich viel, viel, viel mehr stört, speaking of Laan, ist, dass dafür, dass sie den Notruf abgesetzt hat und das ja ach so dringend ist, sie dann völlig überrascht ist, als die Crew dann eintrifft, die Enterprise, äh, sie dann in ihrer eigenen Story überhaupt nichts mehr zu tun hat, außer irgendein random Kid mit seinem queeren Ehepaar, äh, Mutterpaar, äh, zu, zu, zu pflegen, zu retten, whatever. Aber man sieht auch nicht, dass sie gerettet werden oder so. Und that's it. Und das ist das, was ich halt meine. So diese, diese Folge ist so, so, so konfus. Das heißt, da wird so ein Druck aufgemacht, der dann gar nicht stattfindet, weil sie ja dann am Ende trotzdem noch genug Zeit irgendwie hätten. Zumindest ist es dann halt, der Druck dann nicht so da oder wird mir nicht so bewusst. Dann merkst du einfach, dass sie Zeit schinden mussten, weil sie den Hallway-Fight mit Dr. Mbenga und Schwester Chappell halt einfach in Zeitlupe machen, wo, wie schon bei Picard, auch keiner mehr Phaser benutzt. Ich weiß auch warum, weil die ganze Kohle für die Special Effects nämlich in den ersten zehn Sekunden draufgegangen ist, als man aus irgendeinem Grund aberhunderte von Shuttle um diese Starbase rumfliegen lassen musste. Stimmt, das ist, hatte ich, habe ich schon direkt wieder vergessen, nachdem die Szene vorbei war. Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht, warum man jetzt diese Kamerafahrt da unbedingt gewählt hat, außer, dass man besonders dynamisch das Ganze einführen möchte. Ja, und die wirkte auch so, als würden diese Shuttle irgendwie angreifen. Also es war ganz komisch irgendwie. Und mich hat sie an die erste Folge von der letzten Staffel, die Orwell erinnert. Da gab es auch so eine ultralange Sequenz, wo der, ach, die Namen bei der Orwell habe ich einfach immer noch nicht so drauf, der Rothaarige, ne, the Ginger One, ja. Wo der seinen Shuttle baut und dann da auch um die Raumstation rumfliegt. Das wird auch ausgedehnt bis zum Verrecken, ja. Weil dieser Flug so, der geht da locker fünf, sechs Minuten, und dann denkst du, ja, okay, ich habe es verstanden. Das Ding kann gut fliegen, ist gut jetzt, ja. Das ist okay jetzt, ich habe es verstanden. Und das kam mir da auch irgendwie so vor. Und wo wir schon gerade bei Shuttle sind, dass dann, also dass der Pike dann einen Shuttle nimmt, um es wortwörtlich ans andere Ende des Quadranten zu fliegen. Mit einem Shuttle. Okay. Gut. Ja, aber diese Shuttle-Reisen hatten wir doch auch in der späteren Ära. Ja, aber da konnten die schon warpen, da können die noch nicht warpen. Eigentlich, also eigentlich, also eigentlich, egal, gut. Ja, also, alles nachvollziehbar, und je mehr ich drüber nachdenke, ja, sind es diese kleinen Dinger, die mich stören. Ja, auch dieser Hallway-Fight, dass man unbedingt, warum hat man Slow-Mo gemacht? Um einfach zu verbergen, dass die Choreografie vielleicht nicht unbedingt die beste war. Ja, das ist immer dann so ein Mittel der Wahl, um so einen Kampf besonders beeindruckend aussehen zu lassen, wenn man nicht die Kohle hatte, wochenlang zu trainieren oder monatelang wie in so einem John-Wick-Film, was das angeht. Ja, ist okay. Ich weiß auch, ich verstehe auch, was sie damit aussagen wollten, dadurch, dass sie sich da aufgepumpt haben mit diesem Zeug und Ähnliches, dass sie jetzt dann quasi es mit Klingonen aufnehmen können. Ja, das war auch so was, was sich sehr gezogen hat. Aber konnte ich drüber wegschauen, weil es mir ein paar Hintergrundinformationen über Mbenga und Chappell gegeben hat. Ja, und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, hat mir auch nicht gefallen. Weil jetzt hat der Mbenga auch PTSD. Aber ganz ehrlich, lass ihn doch mit seiner Tochter strugglen. Das reicht doch. Also, es muss doch jetzt nicht jeder ... Weißt du, wir haben uns doch so gefreut, dass das mal ein positives Schiff ist. Dass sie nicht alle ihr Päckchen mit sich rumtragen müssen. Und jetzt kriegt dann trotzdem wieder jeder eins wieder sein Trauma durch die Hintertür. Ja, also ihm muss man ja wieder ein Ziel geben. Und dann ist halt der Klingonenkrieg das offensichtliche Ziel, die offensichtliche Motivation, die dahinter ist. Ja, weil man die tolle Geschichte mit der Tochter zu früh weggeworfen hat. Ja, ja, das ist das Problem am Ende. Und ich habe auch ganz ehrlich ein Problem mit dieser Supersoldatendroge. Vor allem habe ich damit ein Problem, wenn es in der nächsten Folge um Augments geht. Ja. Also dann habe ich damit echt ein Problem, weil ich könnte damit leben, wenn er sagt, pass mal auf, das Zeug hier hat schwerste Nebenwirkungen. Das kannst du einmal im Leben nehmen, vielleicht zweimal. Zweimal, aber mehr nicht. Danach bist du auf ewig geschädigt. Dass das halt so ein richtiges, schwere Entscheidung ist, das Zeug zu schlucken. Aber so wird es einem ja suggeriert, so nach dem Motto, ja, hab halt immer mal, so statt Pfefferspray. Ja. Hab halt mal das dabei. Schluck's vorher und dann, und die, also, ja, nee. Oder er hätte irgendwie gesagt, das ist super illegal. Und wenn wir erwischt wären, fliegen wir aus der Sternenflotte. Irgendwas. Es gibt dem Ding eine gewisse, eine schwere, eine Bedeutung. Und mach es nicht so casual, als könnte ich mir einfach irgendwie so grün Schleim besorgen. Und dann bin ich halt the King, ne? Also, ja. Ja. War mir zu simpel. Hast recht, hast recht, stimme ich dir ja alles zu. Muss ich ja sagen. Muss ich ja zugeben. Euch darf die Folge da draußen natürlich trotzdem gefallen, ne? Ich leg nur den Finger in die Wunde. Ich sag's nur einfach, ja. So, und diese kleinen Sachen dann, dass dann halt plötzlich in Benger und Schäppel irgendwie die Hauptpersonen in diesem Plot waren, ob er La'an eigentlich das aufgedeckt hat. Weißt du, das hat für mich alles überhaupt nicht irgendwie gepasst. Auch, dass es dann später einfach nur die Entscheidung gab, zwischen Schiff zerstören oder ziehen lassen. Also, es gab überhaupt nicht die Option, dass man dieses, dieses False Flagship dann irgendwie kampfunfähig schießt. Es gab nur zerstören oder ziehen lassen. Naja, aber das haben sie ja erklärt. Ich meine, da haben sie sich am Ende trotzdem widersprochen, dass das False Flagship hätte gar nicht sichtbar sein dürfen, dass der Pfeil, dass die Klingonen das noch nicht mal zu Gesicht hätten bekommen können, weil dann der Krieg wieder ausgebrochen wäre. Aber am Ende konnte man ja mit dem Klingonen reden. Ja, eben. Gut, ansonsten kennt natürlich auch Mr. Kurtzman seinen eigenen Kanon nicht, weil die Leier hat Bock nicht von einem Banger gekriegt. Die hat da schon ein Discovery gehabt. Aber ey, was weiß ich schon. Ich gucke ja, ich gucke ja den alten Scheiß ja nicht. Ich gucke mir ja meine eigene Serie nicht an, um zu wissen, dass er das vorher schon hatte. Aber ey, egal. Okay, haben sie halt die Leier halt auch dann wegerklärt. Also, wie gesagt, ich fand's hier jetzt, es war ja unterhaltsam auf einem gewissen Niveau, aber es war mir einfach zu viel, zu viel durcheinander und zu unfokussiert. Und ja, das wäre so eine Folge für, es war für mich kein guter Staffelauftakt. Das wäre eher so was für mittendrin gewesen, mal so. Und man hätte halt zum gleichen Punkt kommen können, ohne die Enterprise zu klauen. Das ist, glaube ich, so mein Hauptkritikpunkt. Also, man hätte einfach, es gibt Millionen anderer Wege, die man hätte machen können, auch Pelia einzuführen. Die hätte genauso viel Spaß auf dem Schiff gehabt, wenn man andere Sachen gemacht hätte, als jetzt unbedingt das Schiff zu klauen. Und das, ja, das ist, glaube ich, so mein Hauptproblem mit der Folge. Okay, völlig verstanden. Kann ich auch komplett nachvollziehen, was das angeht. Ich hatte meinen Spaß, aber jetzt, wo ich die ganzen Fakten höre, versauert es mir die Episode trotzdem nicht. Gut, sehr schön, sehr schön. Es ist definitiv, und das kann man vielleicht mal sagen, das ist eine Serie, der ich durchaus Chancen gebe, dass ich sie mir noch mal gucke und dann auch so eine Folge noch mal mitnehme. Ja. Ja, also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Gut, geh aber zu. Und wenn man dann meiner Meinung nach zu so dermaßen starken Episoden wie der nächsten kommt, können zwischendurch durchaus solches Episoden mal da sein. Ad Astra per Aspera, zu Fuß, zu den Sternen, da heißt das so frei übersetzt. Oder wie Harald Lesch sagt, Fußgänger durch die Galaxie. Nee, nee, das ist ... Nee, also eigentlich heißt der Spruch ja ... Also eigentlich heißt der Spruch ... Durch das Raue zu den Sternen. Ja, und eigentlich heißt der Spruch auch per Astra ad Aspera. Nee, per Aspera ad Aspera. So rum heißt der Spruch nämlich eigentlich ... Nee, deswegen stolpere ich nämlich immer drüber, weil der lateinische Spruch heißt per Aspera ad Astra. Durch das Raue zu den Sternen. So, ja. Äh, freideutsch übersetzt so, äh, äh, ja, ohne Fleiß kein Preis. So. Ähm, die haben aber hier genommen ad Astra per Aspera. Die haben es also umgedreht. Und das ist die Redewendung, die auf der Plakette steht, zum Gedenken an die verbrannte Besatzung der Apollo 1, äh, äh, die ... Was war das? Ich glaube, das war irgendwann in den 60ern, äh, ähm, wo die Rakete, glaube ich, nicht gestartet ist. Oder die sind, glaube ich, irgendwie beim Test verbrannt. Oder das war also ganz, ganz schrecklich. Die sind also gar nicht, glaube ich, erst abgehoben. Ich glaube, das kommt auch bei For All Mankind, kommt das, glaube ich, auch vor. Ähm, bei dieser Test ... Genau. ... Umgebung. Richtig. Und dann kam es zum Brand in der Kapsel. Und dann sind die drei als Astronauten nominierten, äh, Crewmitglieder sind da ums Leben gekommen. Und deren zu ehren gibt es eine Plakette, ein Cap Canaveral. Und da steht eben dann drauf, ad astra per aspera. Also da ist es eben umgedreht so. Dann haben wir das auch geklärt. So. Und es ist übrigens auch der Wahlspruch, äh, der Sternenflotte zur Gründung der Föderation. Also das kann man dann jetzt hier ... Da haben wir jetzt den Lore einmal komplett aufgemacht. Und wenn man jetzt noch den letzten Sargnagel auf die, äh, Wortwitze geben will, dann übersetzt es nämlich Harald Lesch in seiner Serie, oder hat es nämlich dann bei, ähm, bei, äh, Alpha Centauri, als er das im Bayerischen Rundfunk noch gemacht hat, immer als Fußgänger durch die Galaxis. So, so ganz, ganz grob, ne. Hat er das übersetzt. Ja, also eine Gerichtsfolge, eine klassische Gerichtsfolge hatten wir schon lange nicht mehr. Magst du Gerichtsfolgen bei Star Trek? Naja, hatten wir in Lower Decks. Ja, okay. Aber Lower Decks, weißt du, Lower Decks, Lower Decks ist für mich halt nur so, so halb Star Trek. Genauso wie Prodigy. Ja, ist für mich nur so, die Realszene ist, die Realserien sind und die Filme sind das, was für mich zählt. Alles andere ist ergänzendes Beiwerk. Ja, es wird jetzt integriert, alles gut. Aber ich kann's halt, ich komm nicht umhin, es nicht immer so hundertprozentig vervollzunehmen. Aber gut, sagen wir mal, magst du Gerichtsfolgen in Star Trek Realserien? Also von der Originalgerichts, ja, ich mein, dieses Thema Gericht hatten wir an vielen Stellen wieder. Aber eigentlich ja. Eigentlich bringen die nämlich immer mal wieder wunderbare Spannungen rein und diese kleinen Twists, die natürlich mit reingeschrieben sind, wie bei der Episode hier, die das Ganze in der elften Stunde noch mal umdrehen. Aber, also, ich lass die Finger meistens von irgendwelchen Gerichtsserien oder Ähnlichem, wo man den Fall der Woche hat. Oh, ich hab Matlock immer gerne geguckt. Ja, ich hab Ally McBeal gerne geguckt und so ein paar Sachen. Aber mittlerweile lass ich die Finger davon, weil die wiederholen sich halt zum großen Teil. Und das ist halt sehr standardisiert. Aber immer mal wieder das Ganze in Star Trek reinzubekommen und mit einer Ebene, mit einer Zwischenebene, die in diesen seriellen Dingern meist irgendwie verloren geht, find ich super. Und Star Trek nutzt das ja auch oft aus, um den Subtext mit einzufügen, wie bei dieser Folge. Und das gibt natürlich den Schauspielern die Gelegenheit, so richtig in Monologen und Einzelszenen zu glänzen. Vor allen Dingen normalerweise dem Stammcast. Und hier hat man schon wieder einen neuen Charakter drin, der, glaub ich, einen der stärksten Auftritte im Star Trek-Universum für mich macht, die ein eingeführter Charakter im Gedächtnis für mich generell hatte. Meinst du jetzt die Verteidigerin? Ja, die fand ich großartig. Und die Präsenz, die auch die Schauspielerin da hatte und wie sie das Ganze rübergebracht hat, absolut fantastisch, hat mich weggeblasen. Okay. Ja, ich überlege noch, was ich mit dieser Folge machen soll. Also ich mag grundsätzlich Gerichtsfolgen bei Star Trek. Oder mehrheitlich. Und natürlich erinnern wir uns alle an Wem gehört Data? Ja, ist aber die ganze klassische Gerichtsfolge. Aber das ist natürlich auch eine Folge, die auch auf diverse TOS-Folgen anspielt, wo es auch immer wieder Gerichtsfolgen gab. Und bei DS9 gab es welche. Also es kommt immer wieder vor, weil es natürlich eine schöne Gelegenheit ist, um moralische Dilemmata mit günstigen Mitteln darzulegen. Kostet nicht viel, kann man günstig machen, kann man sich auch mal ein bisschen austoben. Und ist ein Kammerspiel, großartig. Also meistens für gute Monologe und gute Dialoge ist es der Raum, wo man ähnlich wie, perfekt ist für mich immer das Beispiel von Breaking Bad, die Fliege, die Fliegen-Episode, wo man die Schauspiele einfach mal machen lassen kann. Ja. Und von daher mag ich das. Ich mochte die Folge auch wirklich bis zu dem Punkt, als die Lösung im 5. Paragraf Absatz 3 irgendeines Gesetzes lag, das dann zufälligerweise jetzt gerade hilft. Ich will nicht sagen, dass das nicht in manchen Folgen auch mal vorkam. Da gab es doch diese eine Folge mit PK, der dann auch irgendwie in irgendeinem Vertrag mit diesen komischen Aliens dann auch irgendwie so eine Klausel rauszieht, die ihn dann noch mal den Arsch rettet. Aber das finde ich halt die schwächste Lösung. Cleverer wäre es halt gewesen, wenn ich da einen klugen Verteidiger habe, der das Ganze halt wirklich mit argumentativ löst, indem er zum Beispiel ein Gesetz halt dann so und so auslegt oder den Präzedenzfall halt so und so schafft. Und von daher lief es am Ende auf Asyl raus, was dann dummerweise die Implikation hat, dass das halt dann jetzt ehrlich gesagt halt für alle gelten muss, sodass ich ein Bagheer später halt auch da hätte darauf berufen können. Und deswegen ist das mein Problem mit dieser Folge. Und das ist aber auch das einzige Problem mit dieser Folge, was ich so grundsätzlich habe, neben kleinen Sachen. Aber ich fand die Thematik der Augments, dass die diskutiert wird, fand ich toll, grundsätzlich. Aber mit Hinblick auf die letzte Folge, Supersoldaten-Serum, okay. Aber ich hätte es ein bisschen anders aufgezogen. Ich hätte es nämlich ein bisschen so aufgezogen, weil das diese Illyrians, die sind ja ein hochinteressantes Volk. Und ich finde, da hätte man viel mehr draus machen können, als das nur auf der Textspur zu lösen. Ich finde, das ist ein bisschen verschenkt. Mal wieder. Interessanter Aufbau, interessantes Thema, aber verschenkt. Auch zu früh. Vielleicht hätte man mehr über diese Rasse erfahren müssen. Wir waren ja mal auf diesem einen Planeten da, wo wir die Überreste da, die Geister von denen gesehen haben oder von manchen noch und so weiter. Für mich ist das Thema Augments oder genetisch manipulierte Menschen auch bei Star Trek auch noch viel zu inkonsistent. Also die eugenischen Kriege, die haben mal stattgefunden, wann es halt gerade irgendjemand einfällt. Und es sind auch, entweder sind Zehntausende, Hunderttausende, Hundertmillionen oder Milliarden gestorben. Auch das kannst du dir frei auswürfeln, was du gerade brauchst für dein Ding. Und es gibt halt eben auch Folgen wie, was weiß ich, Masterpiece Society, also in TNG die jungen Greise oder das künstliche Paradies und so, wo eigentlich auch innerhalb der Föderation durchaus mit Manipulation genetischer Art frei umgegangen wird. Also das wird mir ein bisschen zu hoch gehängt, dieses ganze Thema, auch wenn es die Grundthematik super ist, aber es passt, also andersrum. Da geht mir der Law und zu Canon viel zu, da muss man endlich mal eine Stringenz reinkriegen, was jetzt mit denen passieren soll. Also jetzt ja oder nein, jetzt unter der Hand oder nicht. Es ist jede Folge macht es anders. Und dadurch, dass ich jetzt halt schon vier, fünf, sechs Folgen über alle Serien hin hatte und jede damit so ein bisschen anders umgeht, habe ich damit so ein Problem. Und was logischerweise auch mich dann einen Ticken rausgeholt hat, war, dass der Pike sich so halt aufs Abstellgleis stellen lassen. Denn er hätte ja ganz beruhigt seiner, ist es eigentlich noch seine Freundin oder ist es seine Ex-Freundin? Oder ist es nur so sein Spusi? So ein Side-Hustle, würde ich sagen. So was, genau, ja. Jeden Hafen eine Braut, auf jeder Starbase eine Braut. Und weil er weiß ja, was mit ihm passiert und er weiß, dass er zu dem Zeitpunkt ja noch Captain ist. Also hätte er ja auch ohne Rücksicht auf seine Karriere da reingehen können. Ja, aber die Karte kannst du natürlich bei Pike-Mittler nicht immer ziehen. Ich ziehe sie aber immer. Ja, also klar, dem kann nichts passieren. Der hat Plot-Armer, was das Zeug hält, so ungefähr. Jein. Also ich würde bei ein paar Sachen sagen, diese ganze Augments-Thematik. Ich würde mich freuen, wenn die noch öfters in Strange New Worlds aufgegriffen wird. Weil die hat durchaus Potenzial. Absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, durch diesen neuen Charakter, durch die Nira und dadurch, dass man auf dem Planeten von denen war, dass sie auch das immer mehr einführen, was das angeht. Plot-Weiß, Lore-Weiß, bin ich da jetzt nicht so fest drin, was über die Eugenischen Kriege und Kahn hinausgeht. Ich weiß nicht, wie viel da noch immer wieder verarbeitet wird. Habe ich nicht direkt im Kopf, was das angeht. Aber es wäre hier ein starkes Thema, was man in der Serie immer noch weiter ausarbeiten kann, weil es einfach um eine gewisse Unterdrückung geht, die auch natürlich Parallelen wieder in unserer Welt finden kann, was das angeht. Und deshalb, auch dass es wegen einer Lappalie, wegen einer Formalität aufgelöst wird, fand ich eigentlich einen wunderbaren Kniff und passt zum gesamten Thema dieser Folge. Weil einerseits möchte die Föderation das Ganze ja sowieso unter den Tisch kehren und hat Una am Anfang schon die Möglichkeit gegeben, ja, leg alles nieder und du musst nicht ins Gefängnis. Und jetzt versuchen sie quasi während der gesamten Gerichtsverhandlung auch so ein bisschen das weiter zu machen. Hey, hört doch auf, das Thema so aufzubauschen. Wir möchten das nicht behandeln. Während natürlich die Unterdrückten das weiter auf den Tisch bringen möchten, weiter ans Tageslicht bringen möchten. Und das ist halt dieser Zwiespalt und auch diese Freundfeindschaft zwischen Una und Nira, die da stattgefunden hat und dass die quasi sich aus der Kindheit kennen, eigentlich die besten Freunde sind, aber voneinander enttäuscht wurden am Ende, dass Una quasi ihre Herkunft verleugnet hat. Hat so viel Potenzial gehabt und dass beide Seiten am Ende quasi eingesehen haben, dass man es nur auf diese Art und Weise in der aktuellen Situation lösen kann, weil sonst jeder verliert am Ende. Fand ich einen schönen Kniff, der natürlich irgendwie den Status Quo in gewisser Weise erhalten hat, aber der durchaus Potenzial für die Zukunft bietet. Ja, also ich bin ich auch, wie gesagt, bei dir und ich fand es auch schauspielerisch toll. Also was da so von allen Beteiligten abgeliefert wurde, hat mir Spaß gemacht, habe ich sehr gerne geguckt und hat mich an der Stelle auch abgeholt. Also viel mehr als die Folge 1 auf jeden Fall. Also war wirklich was, sagen musst du, da war ich absolut immobiert, die habe ich nicht unterbrochen, die habe ich in einem Stück durchgezogen und die fand ich wirklich, wirklich toll. Wie gesagt, dass die halt am Ende dann so, ach so, ja, du hättest auch Asyl beantragen können, dann ist alles gut. Ach so, ja, echt, ja gut, okay, dann mache ich das. Das war dann ein bisschen so, ja, ein bisschen billig. Es war ja am Ende Glück und Zufall, dass das in die Richtung gehen konnte und das macht ja einen guten Anwalt am Ende aus, dass er genau diese Kleinigkeiten zusammenträgt, um seinen Klienten rauszuhauen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, weil die Föderation einfach nicht von ihrem aktuellen Standpunkt abweichen kann und möchte, was das angeht. Ich hätte als Drehbuchschreiber auch weniger auf dem Admiral April rumgeritten, als vielmehr auf Lahn und hätte gesagt, hm, wie ist nochmal ihr Nachname? Ja, Nunian Singh? Okay, wie sieht es eigentlich mit ihrer Genetik aus? Das kam gar nicht zur Sprache, also das habe ich mir und was ich mir auch notiert habe, ist, dass die Föderation wirkt mal wieder, ja, halt wieder extremst intolerant und fast schon rassistisch, diskriminieren und wieder mal sehr böse, was mein Grundprämisse, ich möchte eine Utopie sehen, halt so grundlegend stört, aber das ist ja halt auch nichts Neues. Aber hieran, in dieser Serie ist es ja gar nicht so schlimm. Nicht ganz so schlimm, weil die auf dem Weg dahin sind, immer noch. Die müssen ja erstmal zu dem Punkt, selbst bei Kirk, ja, okay, haben ja noch ein paar Jahre, um da hinzukommen und selbst die perfekten Staaten haben ja dann doch im Hintergrund irgendwelche, ähm, wenigstens eine Historie, auf der das Ganze aufbaut, die nicht unbedingt so sauber ist. Hat der, niemand hat eine weiße Weste und ich glaube, in der Prequel-Serie die leichten Risse im Gesamtkonstrukt zu sehen, ohne vielleicht das Ziel vor Augen zu halten, dass wir eine bessere Menschheit zu haben, ist nicht verkehrt, weil allein nur durch seine Fehler kann man ja am Ende lernen. Ja, aber wie gesagt, bei Star Trek ist es halt so, dass die Menschen sind schon am, die bestmögliche Variante ihrer selbst und es wurde halt immer, ich hab das schon mehrfach gesagt, Probleme der Erde wurden immer auf andere Spezies ausgelagert. Das ist ein Teil von Star Trek, das gehört einfach dazu, ja, ähm, und natürlich ist das, wenn man es jetzt böse will, irgendwo eine chauvinistische Herangehensweise, aber das ist halt eben, was bei Star Trek dazu gehört. Die Menschheit ist die beste Version ihrer selbst und, äh, lehrt sozusagen alle anderen, wie, wie man das machen kann. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt Star Trek, take it, ja, also, oder, oder geh halt woanders hin. Und dieses, dieses Versuchen, ähm, da jetzt sozusagen, die Menschheit jetzt auch zwiespältig aussehen zu lassen, damit man da jetzt so, ähm, eine Balance reinkriegt oder, oder so irgendwie, das finde ich halt ehrlich gesagt albern irgendwie, wenn du mich fragst. aber das, ich will halt meine, ich will meine Föderation sauber, unerschrocken und mehrheitlich, ähm, also, sowas wie, wie in Star Trek 6, das unentdeckte Land, wo es eine Föder, wo es eine Plot dahin gibt, das muss die, die absolute Ausnahme sein, aber, Stand jetzt ist das ja gang und gäbe, also, verstehst du, das, das hat ja nur eine, eine, eine schwere und einen Impact, wenn das halt die absolute Ausnahme ist, deswegen hadert ja so ein Sisko auch mit sich, im Dominienkrieg, mit dem Ganzen und so weiter, also das, da mag ich halt einfach mein leuchtendes Vorbild und, ähm, lagere dann Probleme gern an Alienrassen aus, was ja auch schön ist, weil damit diskriminiert man ja niemand, man denkt sich ja an eine Rasse aus und lässt die halt dann eben doof aussehen, was weiß ich, wie Ferengi oder, und deswegen darf auch eine Rasse ein bisschen Stereotyp sein, ja, wie halt Klingonen, Ferengi, Romulana und so weiter, das, das ist halt der Punkt, also, jetzt dann, jetzt müssen ja, jetzt gibt's ja überall zum Beispiel die, die Vulkanier, ähm, hier in, in, in den letzten Serienfolgen, egal, ob das jetzt, äh, Disco war oder jetzt hier, die Vulkanier gefallen mir ehrlich gesagt auch nicht mehr, also von diesen, ich möcht's mal so sagen, so von den Elben des Star Trek Universums, ja, das ist so weise Wesen, die so ein bisschen über den Dingen stehen, da sind die halt auch inzwischen meilenweit entfernt, ja, aber am Ende sag ich nur, dass solche perfekten Welten und perfekte Protagonisten bleiben auch nur bis zum gewissen Punkt interessant, das haben wir ganz viel in TNG und der Original-Track-Serie gehabt, dass die Menschen, dass wir in dieser Utopie leben und das macht es am Ende einfach nicht unbedingt interessanter, was das angeht und selbst in, selbst mein bestes Beispiel, wem gehört Data, da ist die Föderation ja auch hinter ihm her und ist ja auch nicht perfekt, was das angeht, also haben wir ja als Parallele, als großes Vorbild der Gerichtssendung von Star Trek da mit drin und da ist es ja auch die Föderation, die dann der Antagonist ist am Ende und an vielen Stellen sind es einfach die Generals und die Admirale und alle mögliche, die dann die Gegenspieler sind und das heißt ja nicht, dass das die Mehrheit der Föderation nicht zum Wohl der Menschheit diesen Idealen folgt, aber klar gibt es in jedem Gesamtkonstrukt, wo eine Diversität herrscht, auch gewisse Probleme und diese Probleme müssen dann einfach auf den Tisch und wir könnten eine Serie haben, wo wir einen Planet of the Week haben und immer die Konflikte der anderen lösen, aber das haben wir sieben Staffeln gehabt. Ja, aber das ist ja auch schon 30 Jahre her und man könnte das ja nochmal mit neuen, modernen Mitteln für ein neues Publikum erzählen, denn sind wir ehrlich, das ist auch so mein Problem, was ich mit Lower Decks und mit Prodigy so ein bisschen habe, dass es für mich einfach nur verzweifelte Versuche sind, andere Zielgruppen anzusprechen, aber ich finde, es ist ein dummer Versuch, denn wenn du Prodigy machst, um Kinder anzusprechen, hast du Star Trek nicht verstanden, denn ich war Kind, als Star Trek mich angesprochen hat, verstehst du? Ich brauchte keine Star Trek, die Star Trek der Animated Series hier in Deutschland lief, hatte ich schon x100 Star Trek Folgen gesehen, ja, Star Trek hat mich als Kind angesprochen und dann verstehst du wieder den Ansatz von Prodigy und Lower Decks nicht, es sind keine Kinder, also Prodigy ist natürlich, ja, Lower Decks nehmen wir mal außen vor, Lower Decks nehmen wir mal außen vor, ja, Prodigy habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber auch hier kann ich wieder betonen, dass gerade in diesen 20 Minuten animierten Serien, ja, das ist richtig, so oft, so viel gutes Storytelling rauskommt, dass man auch hier natürlich Zielgruppen erschließen kann, die heutzutage sich nicht mehr hinsetzen und auf ZDF am Samstagmorgen Star Trek bekommen, weil jetzt irgendwas anderes läuft, und da bist du aber dann, und das zahlt aber genau auf das ein, was ich sage, dann hast du Star Trek nicht verstanden, also nicht du jetzt, Michael, sondern haben die Menschen, die das machen, Star Trek nicht verstanden, ich habe es vor Jahren schon mal in meinem Kommentar, Star Trek der Markenkern, der, du müsst einfach mal gucken, ist New Trek ein Kommentar oder eine Analyse Google Bones auf der Webseite, dann findet ihr das, ich habe es vor Jahren schon geschrieben, und ich wiederhole es nochmal, und ich bin auch, weiß Gott, nicht allein, Star Trek war nie Star Wars, und Star Trek ist nicht Marvel, ja, und diese Star-Voisierung und diese Marvelisierung dieses Franchises wird nicht funktionieren, es wird nicht funktionieren, Star Trek funktioniert in seinem eigenen Kosmos, mit seiner eigenen Zielgruppe, die gewisse Dinge braucht, die gewisse Menschen anspricht, Star Trek wird niemals massentauglich sein, wie sie es gerne hätten, das wird niemals passieren, never ever, Star Trek wird nie in Star Wars werden, wird nie Marvel werden, das müsste es ehrlich gesagt auch gar nicht, weil Star Trek es trotzdem geschafft hat, ikonische Figuren der Popkultur rauszubringen, Kirk und Spock sind auf einer Stufe mit Darth Vader und Luke Skywalker oder Yoda in der Popkultur, absolut, jeder kennt die und so weiter, das schaffen aber alle, kein Franchise aktuell schafft es, neue Figuren rauszubringen, die es in die Popkultur schaffen, über, wo ich sagen muss, auch meine Mutter kennt die, schafft kein neues Franchise mehr, nenn mir eins, es gibt keins, John Wick vielleicht, aber nicht mal der. Ja, aber es kann ja auch nicht mehr so funktionieren wie früher, wir sind in einem komplett anderen Zeitalter, wo wir nicht mehr analoges Fernsehen haben, wo die Auswahl extrem begrenzt ist und wo einfach die ganze Familie sich an einem Samstagabend um ein Wetten, dass rumringt und dem Lockenkopf da zuschaut, so ungefähr, wo man als Kind morgens, Sonntagmorgens aufsteht und dann seine Disney-Zeichentrickserien oder sowas sieht. Diese Zeit gibt es nicht mehr und dementsprechend ist auch nicht, sind das vielleicht auch nicht mehr die richtigen Medien, um solche ikonischen Figuren zu schaffen. Heutzutage ist alles in TikTok und Co., wo die Idole geschaffen werden. Da sind YouTube-Stars die Idole, die die Leute inspirieren. So ein Mark Rober, der zeigt, wie Wissenschaft gehen kann und in welche Richtung das läuft. Du hast einfach, ich sehe es, dass Star Trek ein Franchise dafür ist, dass es möglich gemacht hat, aber Star Trek hat es damals auch geschafft, weil es wenig anderes gab und der ist der Außenseiter war. Und bei dem Überangebot von Medien und Auswahl, was du hast, wo jeder in seiner Bubble lebt und sich zielgruppengerecht alles vorspielen lässt, kann das Prinzip der alten Ikonen und der Helden von damals heutzutage nicht mehr funktionieren und da braucht man dann einfach andere Wege dafür und ich bin dafür, dass ein Franchise wie Star Trek es probiert, auf anderen Wege herauszufinden, sei es animierte Serien, sei es keine Ahnung, ganz neue Formate, weil damals war Star Trek ja auch schon in seiner Form und Art und Weise wegweisend, nur haben wir aktuell, was eher das Problem ist, die Marketingzahlen, die das Ganze heraus, die das Ganze pushen und versuchen in einem Medium zu etablieren, was vielleicht überhaupt nicht mehr das richtige Medium dafür ist, wie wäre es denn mal das Franchise nach TikTok rüber zu bringen, mit den Kernwerten, die man von damals hatte, vielleicht wäre das ein ganz anderer Weg, aber ich glaube über diese Serien kann es in der Art und Weise nicht mehr funktionieren und man kann vielleicht alle paar Jahre mal ein Thanos rausbringen, über den viele reden, man kann vielleicht alle paar Jahre mal ein Game of Thrones raushauen, aber so wie es früher war, dass einfach ein Knight Rider rauskommt, ein A-Team, wo über 40 Jahre später noch drüber gesprochen wird, wird es meiner Meinung nach heutzutage nur noch selten bis gar nicht geben. Paw Patrol. Das ist auch wieder pures Marketing. Ja, aber ich glaube, Paw Patrol, ich habe ja keine Kinder, aber ich kenne wirklich, selbst die eingefleischtesten Antikonsum-Eltern kommen um Paw Patrol nicht drumrum. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und ich glaube, Paw Patrol ist wirklich so, wo Kinder, die jetzt drei, vier sind, fünf, und das gibt es ja auch schon zehn Jahre. Wenn die mal unser Alter haben, Mitte 30, 40, 50, dann werden die Podcasts über Paw Patrol machen. Wie geil das damals war. Aber auch wie du hier sagst, Paw Patrol ist schon zehn, zwölf Jahre alt. Die kommen noch aus dem Zeitalter, das da angedockt hat. Heute nicht mehr. Heute spielen wir meinen Kindern abends Hurra Kinderlieder von YouTube vor, weil die das geil finden. Na okay, und manchmal auch Paw Patrol auf dem Tablet, was das angeht. Aber denk mal, wenn die zu Teenager werden, dann werden die zwar gewisse Gefühle haben zu alten Kinderserien, aber die werden keinen PK haben, den die samstags vormittags im Fernsehen schauen. Da werden die ihren Nachfolger von TikTok und YouTube haben, wo dann die Influencer unterwegs sind. Und das sind dann die PKs leider von morgen. Aber ist das nicht irgendwie auch schade, dass du so einen gemeinsamen kulturellen Nenner nicht mehr hast? Ja. Das ist ja das Riesenproblem. Diese Bubble, diese Filterblase, in der wir alle drin sind, warum das Ganze einfach nur auf eine polarisierte Welt hinaus kommt, weil jeder in seiner Meinung festhängt und nicht mal nach außen gucken kann, was das angeht. Jeder kriegt sein, wer möchte, schaut sich nur Russia Today an, wer anders möchte, schaut sich nur die Öffentlich-Rechtlichen an. Jeder ist in seinem Spektrum drin und kommt da nicht mehr raus, weil so ein TikTok-Algorithmus einen immer tiefer da reinbringt und einen nicht wieder die Wahl und das Problem ist die Wahl mit den Algorithmen zusammen. Wir haben nicht nur drei Programme, auf denen zehn diverse Sendungen laufen, wir haben zehntausend Programme, auf denen Millionen Sendungen laufen und selbst wir wissen ja noch nicht mal heute, was vielleicht, was wir morgen gucken, so in der Richtung und das ist, ich finde es total schade und ich finde es katastrophal, was auch das mit der Gesellschaft an sich macht, aber andererseits sind wir dann vielleicht auch wieder die alten weißen Männer, die das Potenzial in dem Ganzen nicht so sehen, wie die Jugend, es war ja auch immer früher schon so, wenn man in die Schule reingekommen ist, war man für die Oberstufe, war man respektlose Fünfer, wenn man in der Oberstufe war, waren die Fünfer, die reingekommen sind, die respektlosen, die nicht auf die Oberstufe geschaut haben, so ungefähr und so wird es immer weiter gehen. Ja, ich hatte gerade eben noch so einen Gedanken, dass ich mir gedacht habe, so ja, okay, du hast nicht mehr dieses Lagerfeuer und so, okay, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schade und das, was du gesagt hast, jeder lebt in so seiner Bappel und dann habe ich mir gedacht, ist mir live letztens passiert, ich habe mit Freuden festgestellt, dass Disney Plus, ich glaube, als einziger Streaming-Dienst, ich glaube, Paramount auch, Paramount hat einfach nicht so viel Content, deswegen ist als einziger Streaming-Anbieter einfach nur eine stumpfe alphabetische Liste haben, wo es bei Null anfängt und bei Z aufhört, sodass du einfach mal diese Liste durchgehen kannst, um dir mal einen Überblick zu verschaffen, was auf dieser Plattform überhaupt an Content da ist, das ist ja bei Netflix und Amazon Prime de facto nicht möglich, so und bei Sky auch nur schwierig, bei Paramount geht es noch, aber nur, weil nicht so viel drin ist und dann sind es Forever Nerd, Anja und ich einfach mal durch diese Liste durchgegangen und haben dann am Ende Taran und der Zauberkessel geguckt. Weil ihr es kanntet und weil ihr es nochmal sehen wollt. Anja kannte es nicht und ich habe den Film nur ein einziges Mal im Kino gesehen, als er rauskam und ich habe mich damals schon, ich habe mich gewundert, warum habe ich den eigentlich nur einmal gesehen, jetzt weiß ich es wieder, weil er einfach grottenlangweilig ist. Der ist grottenlangweilig. Film, der fast dafür verantwortlich war, dass Disney pleite gegangen ist. Ja, ich weiß noch, dass ich als Kino Gänger, als Sechsjähriger oder so auch schon nur so mäßig begeistert von diesem Film war, aber ich konnte mir noch nicht so recht erklären, warum und in der Vergangenheit wusste ich auch nicht mehr, ich wusste noch, dass der sehr düster war und dass da zum ersten Mal einer stirbt, aber er stirbt auch nicht wirklich, er kommt am Ende wieder, aber egal und so weiter und so weiter und dann haben wir den jetzt nochmal geguckt, weil er ging jetzt auch nicht lang, der ging 75 Minuten oder so, kannst du mal eben schon gucken, der war halt einfach nicht komisch, da war ein Gag da, der lustig war, also kein Vergleich zum Beispiel zu Hexen und der Zauberer, wo ich mich regelmäßig wegschmeiße vor Lachen, die Animationen waren okayisch, aber auch teilweise ein bisschen ja, ich sag mal 70er einfachheitsmäßig angehaust oder die späten 70er Ausflüge, aber es war halt einfach langweilig, es war halt schlicht und ergreifend ein langweiliger Film, worauf wollte ich hinaus, wir konnten aber trotzdem mal zum Buchstaben Tee überhaupt kommen, verstehst du, wir konnten mal bis Tee durchscrollen und durchsacken und mal uns einen Überblick verschaffen und ich glaube, dass in diesem Content Overkill, der absolut da ist, wo du auch vor lauter Auswahl nicht weißt, was du gucken sollst und am Ende einfach wieder die Goonies guckst, weil da weißt du, was du hast oder zum zehnten Mal Indiana Jones oder keine Ahnung was, bevor du irgendwas Neues schaust, muss ich ehrlich gesagt sagen, stört mich bei allen Streamingdiensten dieser Auswahl Algorithmus massiv, weil er mir einfach, weil er mir auf eine unterschwellige Art und Weise vermittelt, dass ich einfach Dinge, die mich vielleicht zu dem Zeitpunkt viel mehr interessieren, gar nicht zeigt, weil ja, weil er halt glaubt, mich interessiert es nicht, aber dieses Recht möchte ich diesem Algorithmus gar nicht geben oder beziehungsweise von mir aus, mach mir das, aber gib mir immer noch die Alternative, selbst zu entscheiden, was ich sehen will und dafür brauche ich aber das volle Bild. Wenn ich das nicht habe, wenn ich gar nicht weiß, was es alles gibt, dann werde ich auch neue Dinge nicht entdecken können. Ja, bin ich völlig bei dir, aber auch hier wieder, wie willst du unterscheiden können zwischen den 10.000 Sachen, die neu auf Netflix rauskommen und die 3 Millionen Sachen, die noch auf Netflix sind, was du schaust, wenn dir nicht irgendeine Art Empfehlung gegeben wird. Für uns, wir haben vielleicht mal einen Artikel oder so was gelesen über einen Film, den wir mal gucken wollen und ich bin völlig bei dir, ich möchte auch gerne mal wieder alte Sachen schauen, aber dafür müsste jetzt beispielsweise der Writer's Strike in den USA noch mindestens zwei Jahre weitergehen, dass gar nichts Neues mehr kommt und dann die alten Sachen wieder gepusht werden. Ey, ich hab, wir waren auf dem Trödel letztens mit dem Stand. Ich hab drei Kartons mit DVDs und Blu-Rays dahin gestellt, das wollte kein Schwein haben und ich war wirklich traurig, dass man sich nicht einfach nochmal hinsetzt und aus seiner eigenen Videothek Sachen reinschmeißt und alte Sachen schaut, weil man dann das Gefühl hat, man würde neue Sachen verpassen und gar nicht hinterherkommen. Tja, ich mach das noch regelmäßig, unregelmäßig. Weil ich einfach auch viele Sachen habe, die gar nicht auf Streaming-Diensten sind und oder weil da die neue Synchro ist, die ich aber gar nicht hören will und oder zum Beispiel der Pater. Der Pater ist jetzt frisch bei Buzz Netflix und da haben wir so ein Prime, eins von beiden. Hat eine neue Synchro gekriegt. Prime wahrscheinlich. Ja, hat eine neue Synchro gekriegt. Geht gar nicht. Null. Unguckbar. Unguckbar. Und dann freue ich mich, wenn ich mein altes Boxset habe und gerne mal reinlege. Ja und liebe Hörer, ihr merkt schon, wir sind wieder fleißig vom eigentlichen Thema abgekommen, aber so ist das halt eben bei uns. Das passiert mal immer und es passiert immer dann, wenn die eigentlichen Folgen manchmal vielleicht gar nicht so stark waren, wie eingangs gesagt. Trotzdem haben wir hier jetzt nochmal, um nochmal einen Abschluss zu bilden zu diesen zwei Folgen, für mich ein okayen Staffelauftakt, aber mehr auch nicht. Also ich bin, wie gesagt, ein bisschen underwhelmed. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ich schaue mit Grausen auf die Sequenzen, die irgendwie im Los Angeles der 90er spielen oder so was. Habe ich schon jetzt ein bisschen Pickel bei, aber okay, ich bin gespannt. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand es einen richtig starken Staffelstart. Ja, über die erste Folge kann man sich durchaus streiten, aber sie hat mich emotional und action technisch abgeholt und das hat für mich in der Folge mehr gezählt als die ganzen Plot-Schwäche, die da drin waren. Deshalb hatte ich in der ersten Folge Spaß, war angefixt, was noch kommt und die zweite Folge, wie ich eben schon gesagt habe, hat mich völlig von den Socken gehauen, weil ich fand die richtig großartig und kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das Spiel von der Nira-Schauspielerin da sehe, weil die hat für mich so eine starke Leinwandpräsenz gehabt und das so großartig rübergebracht, dass man halt wenig, nicht mehr sagen könnte als großartig und ich freue mich auf den Rest der Staffel. Weißt du, ob die irgendwie so ein wiederkehrender Charakter wird? Ist da irgendwas bekannt? Keine Ahnung. Müsste ich jetzt bei der Nira-Schauspieler schauen. Sie wurde jetzt ja durchaus mit ein bisschen Backstory zu Una eingeführt, ne? Ja, ja. Könnte ich mir denken. Also das mindestens in einer Episode, glaube ich, können wir sie noch mal erwarten. Ja, erwarten tun wir natürlich auch euer Feedback. Das schreibt ihr bitte an die 01525 01525 964 7709, gerne als Sprachnachricht oder als WhatsApp. Könnt auch eine SMS schicken, wenn es sein muss. Dann seid ihr beim nächsten Mal vielleicht auch in der Show mit eurer Meinung und wir freuen uns natürlich auch an E-Mails an info at nerdizismus.de. Kommt auf unseren Discord, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Facebook und seit Neuestem könnt ihr auch schreiben auf Spotify. Da könnt ihr also in der App wenn ihr da auf kommentieren klickt oder ich glaube Antworten oder irgendwie sowas muss man da draufklicken, dann könnt ihr auch da euren Sermon zu unseren Besprechungen zur Folge direkt hinterlassen und dann landet ihr vielleicht auch demnächst in dieser Sendung. Wie geht es weiter bei Nerdizismus? Wir werden euch die Tage noch unser Gespräch mit der Echo Basis und Mandalorian hinterher schieben. Dann reden wir über The Flash und wir gehen dann auch noch demnächst in Indiana Jones, ich habe Angst, aber wir gehen rein, wir werden mutig sein. Dann haben wir, ich glaube, eine PV für Mission Impossible steht auch noch an. Irgendwie sowas. Also von daher ist es tut sich wieder. Secret Invasion werden wir drüber sprechen. Secret Invasion, ganz genau, wenn wir drüber sprechen. Also es tut sich was wieder. Wir sind wieder ein bisschen aufgewacht. Es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Forever Nerd Girl hat auch schon eine Folge aufgezeichnet. Da kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Hört mal in unsere letzte Folge rein, wo das Forever Nerd Girl mal ein bisschen was zu Körperwahrnehmungen in Filmen der 90er und frühen 2000er sagt. Es ist eine ganz tolle Folge geworden. Also von daher lasst doch am besten mal das Abo da und empfehlt es auch euren Freunden. Wir werden uns thematisch nämlich ein bisschen weiter aufstellen. Es gibt auch bald wieder einen neuen Livestream mit dem Chris von Last Geek Tonight. Da gibt es also bald auch wieder im Juli eine Folge Nördig Christmus. Das wird auch wieder sehr spaßig werden. Ja, Michael, dir schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns ja dann spätestens in 14 Tagen wieder. Ich glaube aber irgendwie früher, aber spätestens zu Star Trek können wir uns in 14 Tagen wieder, wenn wir die Folgen drei und vier besprechen. Und in diesem Sinne machten wir heute bis die Tage. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Vielen Dank.